Oh, can you explore a bit? I think and I hope that the control towers are in this cave. Okay. Kapitel 2. Improvable madness. Uh oh. So. Teil fährt los, dann muss ich mal rechtzeitig auf die Schalter. Uh oh. Uh oh. Ban. Komm, ban. Tu es. Au. So. Da immer nur geradeaus. Da hinten kann ich noch nicht steuern. Steuern noch die hier. Wie drehe ich den? Oh so, explodiert gar nicht. I scout Logan. Muss hier rüber zum explodieren. So. Ja, da fehlt da die Kurve hier. Da fährt aber sowas immer geradeaus. Hier. Da die da noch. Hier. Da die da noch. Gibt's noch was anderes. Gibt's noch was anderes? Ja. Ne, da ist Lava. Hier hinten. Da hinten. bin unten hahaha muss ich da hoch Ich kann ja keiner verstehen Starting Monster Connecting System Loaded, I activate one of the towers Great job, I'll try to find out where the hell you are Ok, einen Turm hab ich also Wieder herkommen Hey, warte, hä? Naja, Verwirrung stiften hier Da unten rumlaufen bringt nichts Also es gibt ja noch einen geheimen Weg Nö Nun hau ich es wieder hoch Äh Nein Nein Ich werde sterben Nein Jetzt ja Anfänger Ach, ich habe das Ein Wieso ist da noch so ein fetter Block? haha ich hab's groß auch ein netter stein so 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 es geht doch gar nicht der fährt doch an den immer geradeaus warum kann ich die nicht hey doc ich will mit der reden das ist mein reset knopf da kann doch nur geradeaus fallen oder sehe ich da irgendwas ach so fahren wir zurück mal schieben und gleichzeitig das schaffen du musst andersrum tu es nicht du hast doch gar nicht mit dem schalter zu tun nein 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 da muss ich nicht nein 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 Oh! Jaaaah! Ah, noch eine Art. Starting! Connecting! Game loaded! Second tower activated, but I can't find the last one! Make sure Particle are turned on in your living. Well, I found where you are! On missile! Fantastic, and how can I get back? With these towers, I can't control the generator and use this power to modify this simulation. I will use the tower to create a new path to a little 40% in the core of the missile, but first you need to find the third tower. Hm. What should I do? I have no idea of lava here. Obviously. You can use that. You can use that. alles gut schlagen das sieht er schon wieder dennoch geheimnis aus aber diesmal nicht doch auf diesem weg bin ich auch was war das checkpoint ha 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 hier bin ich doch eben schon gewesen ha 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 hier zurück noch mal hier lang Hey dog, are you sure they're way out? Team McGraw raus. Hold on a minute. Ah! Sorry, there was a little security machine in place. Mach mich doch nicht so erschrecken. It still looks like a maze, but there are exits now. The third tower should be in the... Oh, da ist wieder zugemacht. Dann mach ich's wieder auf. Aha. Da vorne nicht, ja. Aha, Sackgasse ist jetzt hier oben. Ich sehe, dass hier irgendwas keinem so versteckt ist. Irgendwie weiter klang. Nö. Nach unten? Noch nicht. Okay. Dann haben wir hier oben eine Sackgasse. Wir haben hier unten lang. Ach, Sackgasse. Ach, Sackgasse. Wird wieder weg kommen, oder? Jo. Warte nochmal. Da oben. 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 Neiin. Geh weiter schon. Nee, es steht da schwarze Wand. Das ist alles wieder zu. Ich habe das Gefühl, ich bin schon weiter gekommen. Aaaah. Immer nach unten. kein strom ein buch okay kommt jetzt auch nicht rausfinden oder wie da man setzt es wieder zurück so viele möglichkeiten gibt es ja nicht so 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 so